Hallihallo und Willkommen bei Dark Souls 2. Heute haben wir das Finale von Dark Souls 2 erreicht. Wir haben den DLC fast durch und müssen dann nur noch den Dark Lurker legen. Das heißt für uns. Dark Souls 2 findet, ich denke mal, heute sein Ende und danach geht es mit dem Dark Souls 1 Fun Run los. Aber bevor das passiert, müssen wir halt noch zwei Bosse legen. Und dann machen wir uns jetzt mal auf den Weg. Wo gehen wir denn hin? Das ist jetzt die gute Frage. Wir haben hier noch ein paar Kisten zu looten. Ich glaube, wir gehen mal hier hin. Wir haben also noch ein paar Kisten zu looten und dann Flügel wird benötigt. Da kann man doch nie im Leben mit den Flügeln rüberspringen. Das ist doch einfach nur scherzhaft geschrieben, dass man hier nicht drüber kann. Guck mal, das war dann auch eine Brücke. Wenn man um Ecken gucken könnte. So, der erste ist weg. Guck mal da oben, da kommen wir auch noch irgendwie hin. Gehen jetzt aber wieder raus. Denn hier irgendwo müsste ja oder müssten noch Truhen sein. Da ist die Abkürzung, wo wir nach unten fahren können. War hier oben eine Truhe? Ich weiß gar nicht, wo die Truhen mehr waren. Das ist echt ein Problem gerade. Wir laufen jetzt einfach mal rückwärts ab hier das Level ab. Ist aber halt auch fies, dass die ganze Zeit am Anfang die Truhen eingefroren waren. Jetzt dürfen wir rätseln, wo wir wieder hin müssen. Ach, verdammt. Den Weg laufen wir nicht zurück. Den teleportieren wir uns. Okay. Dann gehen wir hier nochmal durch das Gebäude. Oh, da sind Riesen aufgetaut. Das heißt, wir wollen die Gegner hier reinlocken, damit die Seele nicht in die Riesen fließt. Hier waren auch die Truhen. Ha, ha, ha. Okay, komm. Hört auf, die ganze Zeit zu schießen. Naja. Können sie auch eigentlich so machen. Haha, das ist ein Mimic. Haben wir den Mimic schon mal? Oh, shit. Natürlich. Ich trottel. Der Mimic ist immer so unter Bedrohung, dass ich komplett den Riesen vergessen habe. Ah, für die Riesen ist die Keule einfach besser. Stumpfer schlagen, die fügt denen viel mehr Schaden zu. Weg ist er. Cool, der gibt auch Menschenbild. Das freut mich. Symbol der Habgier. Okay. Oh, das ist ein Mimic. so toi 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 ob wir den ja genau kommt doch mal ihr seid ja so brav dass ihr jetzt kommt und mal gucken ob die Seele in den Riesen wandert ne sehr gut natürlich durch den Riesen durch Glitzer-Titanit und Drachenknochen nice da können wir unsere Rüstung nochmal aufrüsten das ist ja richtig verführerisch hier aber ich wette da geht keine Wand kaputt wenn man das abschießt hab ich noch Feuerpfeile Feuer-Großpfeile ne den kann ich nicht abschießen ups vielleicht haben wir aber ja wir haben noch ne Brandbombe oh da sind keine Zündfässer schade richtig schade jetzt können wir nochmal gucken was dieses Symbol der Habgier war da stand dabei das ist ne Rüstung okay da ist doch ein Ring gewesen habe ich das falsch gesehen nee okay ich finde es nicht keine Ahnung was es ist oder war vielleicht was auch ein Schwer hat oder sowas keine Ahnung hier war das letzte Mal ein Phantom was uns über den Weg gelaufen ist okay hier ist nix keine Ahnung irgendwie hat mich dieses Eck gerade so angelacht und ich dachte da ist vielleicht nur ein zischbare Wand noch ah verdammt wie der Riesen genau kommt mal hier runter das freut mich aber doch okay sehr schön zwei erledigt die nicht in Riesen gewandelt sind ja du dachst ach shit das sind sogar drei die beschützen alle eine Tour naja das kriegen wir jetzt schon hin schwerer Schlag wer ist das weg es gibt es ja nicht die haben eine Seele was soll denn das es ist ja total unlogisch ich dachte die sind seelenlos und die brauchen erst eine Seele zum Leben was ist denn mit dem los okay wieder was dazugelernt geschwungenes Nil Großschwert das hört sich sehr interessant an ist es dann ein Krummschwert oder ist es ein normales Großschwert hier ist ein krummes Großschwert das heißt die Waffe werde tödlicher je weiter ihr Gebiet erreist heißt es je mehr ich mich durchs Spiel bewege desto stärker wird die hat das ein Limit theoretisch könnte man ja dann sagen okay diese Waffe ist die stärkste Waffe im Spiel weil ich muss mich ja nur weiter fortbewegen um Damage zu erhöhen gucken wir mal auf 207 im Moment 207 ja wenn wir ein bisschen rumgelaufen sind nochmal ein bisschen gucken ich denke nicht dass das hier nur weil wir 100 Schritte gegangen sind dann auf einmal bombastisch wird da hinten das Gebiet das war immer zugetaut da konnten wir nicht rein da gucken wir jetzt mal hin ach überall die riesen genau der ritter hier noch ein Stück her noch ein kleines so mal gucken ob das irgendeinen wiederbelebt ja den hier okay mein Freund zeig mal was du kannst boah obwohl ich mich weggerollt hat hat er mich getroffen krass hier versucht schlag ja okay habe ich ja schon ich höre auf dich du orangene schrift am boden schade hätte ja sein können dass die noch irgendwas bewachen und ja die sache ist wir haben den endboss schon gelegt jetzt haben wir noch so einen ritter gefunden der uns hilft und das bringt uns rein gar nichts mehr oh guck mal hier geht es hoch flammenschmetterling na gut warum steht da lügner voraus versucht scheinbare wand also hier habe ich jetzt keine gefunden ich küsse doch schon die wand da ist sie okay jetzt setzt es mich ja schon wieder irgendwo hin komme ich da hin und da runter das ist die brücke beim bonfire und dann gucken wir erstmal was hier oben ist ich weiß nicht wann wir da zurückkommen oh shortcut wahrscheinlich stimmt das ist hier nach dem bosskampf nach dem ersten cool dann haben wir die tür jetzt auch offen ja dann wagen wir doch mal den sprung auf die brücke das hört sich schon irgendwie polig an diese ganzen geräusche die ja gerade im hintergrund sind das sind auch schon blutflecken musst du ja ums eck gucken ja jetzt komm mal her alter schwede die attack habe ich gerade zum ersten mal gesehen ja jetzt wirft er seine waffe weg okay sehr gut ja denkst du doch nicht wirklich ach so und jetzt hier nochmal drauf springen unten wartet auch noch einer frag mich ob es ein gegenstand gibt womit man die unsichtbaren wände hier erkennen kann dann müsste man nur noch durch die welt laufen und überall sehen wo man einfach mal gegen die wand stupsen muss haben wir hier hier sind auch noch so viele oh guck mal hier geht es hoch guck mal hier waren wir gerade eben im gebiet mit den drei riesen habe ich gar nicht gesehen dass hier oben was ist feuerklauenring okay der versteckt feuerangriffe in der theorie müsste unsere waffe dann mehr damage machen wenn wir den ausrüsten weil wir feuerschaden mit der waffe machen ja wird um 30 dann nochmal den damage erhöhen und wenn wir die verteidigung uns reduzieren wie viel verteidigung ist das weniger alter schwede sind ja über 100 verteidigung weniger dann können wir uns aufsparen für den bosskampf was wir mit dem schwert hier kämpfen wollen ok so der da unten kann ich ja ich kann ich anweseln sehr gut wie der einfach alles ignoriert oh hier ist noch eine truhe ist hier eine unsichtbare wand nein und hier sind wir dann wieder unten beim bonfire die truhe ist safe zumindestens so weit dass es keine mimik ist und man falle aber auch nicht drin zweiköpfiger großbogen wieder ein großbogen ich bin kein großbogennutzer ok dann nach machula rüstung aufrüsten und dann müssen wir mal gucken wo es noch lang gehen könnte weil ein bonfire fehlt noch und ein boss in dem gebiet ich weiß noch nicht wie ich den freischalte gegenstand verstärken so erstmal den drachenzahn und dann die rüstung dann fehlen immer noch drei funkel titanit verdammt dann wohl doch noch nicht die rüstung seitdem der bietet es mittlerweile mal an nein auch er hat kein funkel titanit im angebot und die gute dame die wird auch keins haben die hat auch keins mehr schade können wir seelen ploppen ja guck mal einer eine tapfere kriegerseele was lang nee die gibt doch maximal 3000 oder 5000 und wir brauchen 10.100 10.100 nee 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 das kriegen wir doch nicht hin okay dann 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 zweites bonfire ich weiß nicht ob die tür die da hinten verschlossen war wo ich meine dass wir da nicht durch können ob die quasi mit dem argument nicht von dieser seite ja aufmachbar oder ob ich einen schlüssel gebraucht habe um die aufzumachen so lasst uns mal den knüppel wieder nehmen beziehungsweise statt den knüppel können wir mal gucken ob wir den drachenzahn jetzt ausrüsten können der macht jetzt auf 602 und der drachenzahn auf 584 nee der braucht noch ein upgrade um besser zu sein und trotzdem mit dem mal spielen um zu gucken wie der sich so schwingt vielleicht hält der auch länger das könnten wir auch gerade mal gucken die haltbarkeit ist hier 70 und beide sind 70 aber vielleicht verbraucht er sich weniger schnell macht sein träge gegen magie und feuer resistent what the fuck kann ich damit dann über feuer laufen weil im feuer level haben wir noch eine truhe an die ich nicht rankomme ups aber cool dann haben wir hier jetzt zwei knüppel die reinhauen ja da fehlt einfach das letzte fitzlischen damit wir den mit zwei schlägen fertig machen machen wir mal zwei normale schläge aber die verbrauchen weniger schaden also irgendwie nennt man das haltbarkeit ihr seht schon wir sind gerade in das gebiet frisch gekommen und der knüppel hier der hat über die hälfte seiner haltbarkeit verloren und der hat über die hälfte seiner schläge ich weiß nicht so Wir wollen hier links durch. Gucken, ob die jetzt aufgeht. Verschlossen. Immer noch. Wie kommt man da rein? So ein bisschen rüberlunzen können wir, aber... Ich verblicke es noch nicht. Was muss ich tun, um da rein zu können? Guck mal, da ist ein Bonfire. Das ist das Bonfire, was wir vermissen. Aber wie kommen wir da rein? Also, wenn es nicht von der Seite ist, muss es ja von der anderen Seite sein. Entweder man kann hier oben irgendwie durch. Oder hier ist eine unsichtbare Wand. Oh, guck mal, wer da kommt. Ach, du Schande. Das war ja richtig schlecht von mir. Ho, ho, ho. Also, wir stellen fest, der Drachenknochen hier, oder Zahn, der verlangsamt uns massiv. Weil wir halt die Dings nicht haben. Die benötigte Belastbarkeit, trotz Ring. Wir wechseln jetzt mal die Waffe auf den Knüppel. Bup, 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 wo bist du? Da bist du? Vielleicht ging es hier unten ja noch irgendwo weiter. Hier unten waren die Hunde. Da waren wir schon. Da unten waren die Hunde. Da waren wir definitiv schon. Hm, jetzt wird es interessant. Das ist der komische Weg, den wir als erstes entlang gegangen sind. Dann gehen wir nämlich in diese Richtung wieder. Und da wollen wir gar nicht hin. Wir wollen in diese Richtung. Hier in dem Raum waren wir schon. Da waren lauter Mimik, äh, da waren Mimik, lauter Truhen und... Äh, jetzt auch dieser Spritter, der freigefroren wurde. Dann ist vielleicht hier oben ein Weg frei geworden irgendwo. Hier hatten wir es aufgemacht. Vielleicht kann man hier auch noch... Vielleicht ist hier doch ein Geheimgang noch drin, ne? Nee, auch nicht. Der Gang irgendwo hinführt? Nee, den sind wir auch schon lang gegangen. Ist da unten beim Baum, wo wir die Treppe hochkommen. So, gehen wir mal hier durch. Ich meine, da war noch eine Truhe auf dem Balkon. So, und ich glaube, das war die letzte eingefrorene Truhe. Ein Pilz, na gut. Warum auch nicht? Wir sind ja Pilzsammler. Ah, das ist gar kein Geist, Herrgott. Ich habe das nur mit einem halben Auge beobachtet. Alter Schwede, da hat die mich gerade erschreckt. So, lasst mal gucken. Was gibt es denn hier noch so an Weg? Den Weg kennen wir auch. Da unten sind die drei Hunde. So, mein Freund. Lachen, okay. Das war ein beides Blutlachen. Jetzt darf der Ritter hier unten nochmal hochkommen. Da unten wollen wir nicht runter. Da unten ist die Treppe, die man runterspringt, nicht wieder hochkommt. Dann gucken wir mal, was hier oben war. Oder ist. Also erstmal diese eine. Hier ist eine Leiter. War das vielleicht eingefroren die ganze Zeit? Was haben wir hier drinnen? Warum ist die nämlich zu? Das stört mich auch. Oh, hier waren wir doch schon drinnen. Da hinten, der bei der Leisch liegt, kein Gegenstand mehr. Das sagt uns, hier waren wir schon. Genau, das haben wir alles geholt. Da oben ist der Rittersmann. Und da kommen wir wahrscheinlich jetzt hin, wenn wir die Leiter hochklettern. Frag mich, ob ich die wirklich übersehen habe. Oder erinnere ich mich noch nicht dran? Nö, ich habe sie übersehen. Das ist ja auch noch eine Truhe. Okay, ein Zauber. Aber verdammt. Das ist aber auch jetzt nicht der Weg. Ich gehe hier jetzt nochmal über lang. Eie, das ist doch schon wieder ärgerlich. Da habe ich mich so gefreut. Und dann ist hier nichts weiter. Ich hätte gehofft, wir kommen irgendwie ganz hoch auf die Mauer und können dann irgendwie da hinten durch. Ja, jetzt stehen wir da. Da muss man ja irgendwie durchkommen. Hier war nur der blöde Fahrstuhl, den haben wir hochgefahren. Und unten drunter konnten wir durchgehen und eine Schatztruhe holen. Das ist nur der blöde Balkon. Hier gibt es auch nichts weiter. Wenn wir die Treppe runter gehen, kommen wir hier unten wieder raus. Irgendwann. Moment, das Gebiet. Da hinten waren wir auch schon drin. Da waren wir auch schon drin. Verschlossen. Das heißt doch, wir müssen irgendwo noch einen Schlüssel finden. Das heißt doch, wir müssen jetzt mal auf die Mauer und wir müssen uns weiterfassen. Das heißt, wir müssen uns weiterfassen. Okay. Das ist ja die Mauer, die Mauer sind bei uns wie die Mauer sind. Ja, die Mauer sind. Das ist ja die B Ja, gute Frage, nicht wahr? Wo muss ich lang? Ich seh so wenig, das ist echt schwierig. Oh, ansonsten, naja, dann ist es halt so, wenn ich hier den Weg jetzt nicht finde. Fühlt sich auch halb so wieder an, als ob man hier irgendwo runter droppen könnte. Na ja, dann gehen wir halt nochmal ganz nach unten und gucken, ob da bei den Hunden noch irgendwas war. Kann ja auch was übersehen haben. Hm. Hm? Hm? Hm. Ah, hat er so gedacht, dass er mich einfach angreifen kann? so, die Waffe ist auch hart am Limit wieder, also das Schwert das ist da ja, von hier kommen wir auch nirgends hin wow das da unten ist hoffentlich Schnee, das sieht nämlich verdammt hässlich aus wie die Wände abgeschnitten sind mit der Feuerbohm betreffen wir bestimmt nicht ich werfe jetzt einfach mal so hoch ich kann oh, wir haben doch getroffen aber es ist nicht explodiert, wie schade ich dachte da war Wiespulver in den Kisten dann hat sich das auch nochmal erledigt ok, die sind erledigt das ist hier noch eine unsichtbare Wand nee, auch nicht ooooh ooooh nope ooooh hier ist ein Shortcut ein Fahrstuhl den haben wir schon aktiviert hier hinten war auch so ein Ritter drin hm, jetzt ist eine gute Frage vielleicht gehen wir mal zum ersten Bonfire und laufen von dort aus nochmal rum vielleicht haben wir da irgendwas übersehen das ist gerade richtig lästig ich habe absolut null Plan was ich machen soll oder muss ich meine hier oben war das sehende Auge der Priesterin oder so hieß das irgendwie damit konnten wir dann diese ganzen unsichtbaren Gegner sehen ja, was heißt die ganzen, das war einer da kommen wir zur Treppe, wo wir nicht runterfallen können äh, hochklettern können und hier waren wir ja eben auch schon gemeinsam so, Bonfire dann geben wir mal unsere Seelen aus dann geben wir mal unsere Seelen aus dann halt vom ersten Bonfire aus vielleicht ist ja dort was irgendein Schlüssel oder sowas den wir einfach jetzt übersehen haben vielleicht ist hier auch guck mal, hier geht's runter ach, stimmt von hier sind wir ja gekommen damals aber das können wir uns gerne auch nochmal angucken vielleicht gibt's hier ja doch irgendwas hier bei den Gräbern zum Beispiel nee nee, hier spawnt man nur und dann geht man hier hoch rechts liegt nix hier links auch nix Vorsicht vor Bedauern na gut hm das haben wir so schön gerade eben bewundert hier haben wir versucht mal runter zu springen aber da waren wir gerade eben wenn wir hier links gehen kommen wir zur Boss Arena hier war ein Bosskampf und danach kommen wir in die Kathedrale und da ist der finale Bosskampf gewesen und rechts war der reguläre Weg wo wir durchgehen oben waren wir gerade eben da waren wir überall auch da waren wir überall auch ja und lässt dir ganz schön Zeit heute was ist los hast du einen Kaffee getrunken so nix so hier sind wir dann durchgegangen weil wir den Fahrstuhl hoch lassen konnten hier war eine unsichtbare Leiter da kannst du auch hochrennen wenn du sie noch nicht siehst und hier haben wir dann nochmal ein Gegenstand gesehen hier heißt das gut hinsehen was mir immer noch nicht hilft keine Ahnung warum der das hier schreibt übersehe ich was und hier ist auch nicht nochmal eine unsichtbare Wand drin jetzt kommt die Nervensäge die ich nicht einmal getroffen habe krass auch jetzt habe ich sie getroffen und jetzt nochmal langsam dürften die auch mal verschwinden ich habe die so oft jetzt mittlerweile gemacht so jetzt kommen die Hundis Menschenbild sehr gut brauchen wir für den Darklurker später es sei denn wir besiegen ihn beim ersten Mal aber warum ist die Arena hier so groß komm die laufen wir mal ab das ist hier ja doch was aber vielleicht halt auch nicht und das ist einfach nur der Architektur geschuldet nope nix dann kommen wir hier hier haben wir den Gegenstand hier ist nirgends wo man sich runterfallen lassen könnte hier rechts man Gegenstände hier links ist diese blöde Dame aufgetaut und hochlaufen können wir nicht und hier können wir auch nicht hochlaufen so dann hier ist nochmal so eine weiße Dame und hier ist jetzt eine schwierige Stelle weil vier Ritter auf einmal denken gegen mich vorgehen zu müssen der ist schon mal weg so ach natürlich gut die zwei sind auch weg die ist jetzt auch weg da fehlt aber noch eine die sitzt hier irgendwo auch noch rum oh guck mal Gegenstand Reparaturpulver mal drei nice komplett übersehen gehabt immerhin etwas okay da hinten sitzt eine weiße Dame da greift uns einer an und links greift uns auch einer an ach diese Wände dass man durch die nicht durchschlagen kann muss denn alles immer so sein wie im echten Leben okay gucken wir uns gleich hier nochmal die Ecks an beziehungsweise die Ecken das ist die richtige der richtige Plural jetzt ist der weg gut der nervt nicht mehr jetzt fehlt nur noch er dann dann lass mal hier schauen ganz da oben kann man auch drauf da kommt man über einen anderen Weg lang den können wir gleich auch nochmal abgehen hier ist nix da drinnen war nix den Weg hier rüber sind wir schon gegangen hier ist auch eine Abkürzung Abkürzung hier den Weg nach drüben haben wir erst freigeschaltet vor kurzem da drüben im Turm war auch nochmal so ein Ritter der uns helfen würde beim Endboss theoretisch genau wie da drüben den haben wir auch schon geholt so jetzt erwarten wir uns links und rechts auch nochmal ein paar Überraschungen machen wir erstmal die hier rechts weg ja die hier rechts das ist mal ein anderes links genau kommt man in den schmalen Gang natürlich springt der Hund an mir vorbei heil dich mal bitte ooooh wir haben nie einen Doppelkill also einen Doppelangriff auf mich gemacht das ist jetzt ärgerlich mit dem Weg müssen wir natürlich da wieder hinlaufen komm dann nehmen wir die Waffe die safe ist das ist unsere Keule soo soo Mist ein Sprungangriff natürlich dann naja auch die ist immer noch da gut der ist auch weg dann die Hundis natürlich wieder wenn die anderen noch da sind dann sind die auch noch da wo ist denn der andere hin noch da okay so die Hundis sind wieder weg haben die was gedroppt nee soo soo zwei sind weg und das war Nummer drei und das war Nummer drei ja komm bitte her ich will nicht während ich im Kreuzfeuer bin mit dir kämpfen da dann bist du wieder dran und die Coal ist schon gleich wieder hinüber er erledigt jetzt haben wir unsere Seelen wieder soo komm Hundi komm du bist der nervigste von allen noch einer noch einer oh dann wird die Keule gegen den Drachenzahn getauscht wo ist er da ist er dann gucken wir uns hier das Eck nochmal an na sie haben drei Schläge mit dem gehen auch sehr gut da waren wieder die weißen Damen wo ist denn die zweite hin ist die mir jetzt hier runtergesprungen und verfolgt mich gerade da ist sie doch stimmt hier oben war noch Truhen nice alter der haut hier rein ok dann 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 was steht denn hier alles so Seahfeind nein nein und keiner von ihnen ist ein Seahfeind so Seelengefäß mit der Funkeltitanit irgendwo Zwillingsklinge des Zauberers und göttlicher Segen naja ja schöner Ausblick aber absolut nix was mir weiterhilft in diesen einen Raum zu kommen warte mal hier kann man noch lang und hier kommen wir wieder ins Zusatzgebiet da ist nix da fällt man maximal in den Tod hier kommt man nicht durch dann geht man hier runter holt sich hier den Gegenstand geht hier hin stellt fest hier ist noch diese Dame hat sich den Gegenstand hier auch schon lange geholt man kann dann hier runter hüpfen bumm und dann ist man hier wieder drin ja damit war da auch nix weiter hier ist auch nix wir gehen das Gebiet einfach nochmal durch wow overtraumatisch ach warte mal hier können wir jetzt noch gerade ausgehen das ging das letzte Mal nicht also das ging schon das gerade ausgehen aber hier können wir Fackeln anzünden das ging das letzte Mal nicht haben wir doch noch was gefunden nice das ging das Okay. da hinten kommt man auch mal hoch also ich weiß nicht ob ich jetzt runter springen soll weil hier auf der anderen seite sind ja die meisten dritter paratenkapitän oder wie auch immer der haut richtig rein viel zu eng alter schwede wie wenig damage wir dem machen obwohl wir die riesen keule haben so noch ein flask kam hier gut der ist erst mal erledigt gut dass wir havils schild hatten aber als der nichts droppt menschenbild der rest kommt jetzt oben lang na gut können wir warten bis sie runter kommen und dann hauen wir einfach drauf einer nach dem anderen wenn wir nicht sehr viel sehen weil die kamera so nah dran ist gewandt der gefolgsleute zum ersten mal dass wir was bekommen haben von denen auf das da hinten ist der schlüssel also wir gehen direkt mal wieder in den schlüssel modus naja das sind gegner wo wir nur einen schlag machen dürfen aber saukool das havils schild ist so gut geblockt dann ja den schlüsseln ist alter schwede was für ein akt daran zu kommen ja das ist also so sehr ich das level design hier liebe in diesem dlc umso dass das richtig beschissen gemacht du musst ja hier alles noch auf herz und nieren prüfen okay hier müssen wir nicht durch falscher weg da gab es nur einen gegenstand das ist alles und hier wollen wir hin immer noch mal nach mach mal schüler ja leider immer nur noch einen halben kilo ab sofort am anfang hat man 1,5 oder 2 bekommen nee immer noch die langsame wir gerade mal die belastung 72 wow das wird auch noch einige level dauern dann müssen wir trotzdem hier wieder hin genau hier sind wir hin hier kommen wir jetzt raus los keiner ist dabei gestorben bis jetzt so viele schläge mit dem knüppel aber er kennt dieses angriffsmuster das ist von diesen kristallriesen aus dark souls 1 die machen auch immer ihren arm in irgend so eine kristallform und greifen dann an so schnell aufstehen na klar komm wir gönnen uns mal ein menschlichkeit genau jetzt kommen wir her um ja da guckt der doof so dann sind die weg na los komm schon runter mädel gott ledigt gut auch der ist weg jetzt noch dich meine freundin und ups ok dass der das nochmal geblockt hat den einen schlag das verzeihe ich ihm nicht natürlich über dramatische darstellung seiner kampfkünste aber hat ihm ja auch nichts genützt was haben wir das ich weiß was kommt da werden wir doch garantiert jetzt runter schlittern wie viele sehen habe ich zum ploppen wer weiß was da unten kommt ne es gibt keine 7000 oder ne wir brauchen ja sogar mehr jetzt wie viel brauchen wir denn 8000 machen wir mal eine hiervon damit ich weiß wie viel die geben 800 obwohl das könnte hinkommen 5000 ja perfekt dann gehen wir nochmal jula nochmal ein level ab wer weiß was da unten kommt vielleicht ein bosskampf ein vermissen wir noch in dem gebiet war aus 0 ja und dann würde ich sagen steigen wir mal wieder in einen sarg rein alter dieses vertrauen von diesen leuten hier eisiges umland hätte er jetzt auch wieder hoch ja und jetzt ich sehe doch gar nichts hoffentlich sehen wir mehr das geht sofort aus ich muss nur in die richtung gehen nehmen wir dich mal mit macht mir hier alles schon so viel angst was ist das hier menschenjägerin o'hara oh dann spielen wir mal wieder ach der sturm hört immer wieder mal kurz auf oder was guck mal alter schwere guck mal wie viel wir hier mitnehmen können wenn wir wollen drei stück wo laufe ich denn jetzt hin hier hinten zu dieser ruine vielleicht hier nehmen wir ein schild hoch sicherheitshalber man sieht halt nix das ist ja richtig schrecklich okay laufe lauter blutflecke guck mal da rock mit der wurzeln nix was ich finden wollte ach das ist ja nervig wenn man wüsste dass man hier nirgends runterfallen kann würde ich auch einfach mal loslaufen aber from software lernt ja einen verlass dich mal besser nicht da drauf erinnert an das dlc aus dark souls 3 da gab es auch so ein wüstengebiet das ist eine schneewüste oh oh entschuldigung guck mal hier ist noch was blutungsmesser und da läuft einer rum das war ein dark souls 3 im dlc auch so das war damals ein könig irgendwas kommt hier doch gerade greift mir irgendwas an oh so ein ross das ist ja hardcore aggressiv gewesen und was hinterlassen hat es auch nicht gut dass wir ein schild draußen hatten hier ist doch schon wieder eins ja genau greift ihnen mal an ich wer ab ich bin der schild der eisern ja also ich würde sagen weil das rentiere sind treffen wir gleich noch auf den weihnachtsmann da ist schon das nächste ja 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 boah das ist auch voll auf äh herrnkampf geradeaus kommt das auch mal wieder her kommt das auch mal wieder her ok bin ich ja richtig froh die drei mitgenommen zu haben ok ich bleib mal stehen ach da ist schon das nächste wieder ouch ach da ist die ruhe noch sehr gut aber das scheinen ja alles seelengebende gegner zu sein hier war irgendwo die die ja vor uns war nase und jetzt bin ich mal gespannt ich habe ja noch einen pharos und jetzt bin ich mal gespannt ich habe ja noch einen pharos warum nicht warum nicht doch nur wasser eine heiße quelle naja wer es braucht ich habe mir mehr erhofft aber ok ähm kamen wir von der ruine da hinten oder ist die neu klasse ich höre doch schon wieder so ein renntier oder ich höre doch schon wieder so ein renntier oder also gut ab an alle die das hier alleine gemeistert haben also gut ab an alle die das hier alleine gemeistert haben das ist hier richtig eklig vielleicht bleiben wir mal kurz stehen dann heilen die sich vielleicht mal genau wir gucken uns mal um da hinten läuft wie da hinten laufen lauter leute von der ruine kommen wir wir wollen dann in die richtung da ist noch eine ruine ok kein gegner weiter oh hier liegt was klitzertitanit na 2 warum nur 2 jetzt fehlt immer noch 1 das ist ihr dürft gern mit drauf hauen danke jetzt ist er erledigt komm gucken wir uns den mal an das ist ja irgendwie ein ritter natürlich dreht er sich mit natürlich dreht er sich mit ok den ritter haben wir jetzt auch das ist nochmal ein ritter gut wir heilen uns noch ich habe mich gerade gefragt hängt der stein den wir da haben was weg holen weg holen ok die riesenkeule ist in gefahr da muss es wohl der drachenzahn jetzt wieder richten ne immer noch fack roll wir bleiben mal stehen guck mal da kommt doch schon jemand ja da hat er auch einfach keine chance hier ist gesehen wie er den klitz abgewehrt hat mit seinem schild alter schwede dieser schimmernde lebensstand der heilt viel zu langsam valgum schild na guck mal hier können wir hoch menschenbild na gut aber das wollen wir alles gar nicht irgendwie okay wir wollen ja irgendwas kaum gut hinsehen meinst du jetzt nur den gegenstand oder ist hier noch ein hebel ne hier ist nix ne hier ist nix okay in dem hier ist nix was davon und dr ist das ist ein Danke. Ich will wissen, was ich hier unten überhaupt mache. Gehen wir mal in die Richtung. Hier geht es irgendwie so runter. Wie er uns beide genutzt hat. Oh, und da kommt ein zweiter, das ist so Mist. So, dann nur noch das hier. Guck mal, da kommt ein drittes direkt. Von da kommen wir. Guck mal, einfach mal, dass hier irgendwas ist. Oh, das sieht nach Weg nach unten aus. Ganz langsam, Schritt für, ich sehe, ich sehe eigentlich mal. Guck mal, man sieht, okay, ganz schwach, ganz, ganz schwach, aber richtig schwach sieht man hier was. Okay, so. Was mich nervt, ist, dass es keinen Bonfire bis jetzt gab. Das hört sich doch voll noch Boss an. Da muss doch ein Bonfire hier irgendwo sein. Kannst mir doch jetzt nicht sagen. Ich soll jedes Mal durch diesen blöden Nebel bis hier hin laufen. Was ist das da hinten? Sind das in Kisten oder was? Ja. Ja. Auch nochmal. Da gehen wir nochmal hin. Das sieht so aus, als ob da vielleicht Bonfire sein könnte. Die können doch jetzt nicht im Ernst erwarten, dass ich hier jedes Mal mit dem Sarg runterrutsche und von dort aus hierher laufe. Und immer von den Rentieren dann doch beschützt werde oder so. Äh, angegriffen werde. Da sind schon wieder zwei. Jetzt sind es drei. Und die greifen einfach keinen Meter mit an. Jetzt bin ich auch noch tot. Was ist das? Warum sind denn da auf einmal drei? Warum überhaupt noch? Ich habe so viele schon getötet. Wir hätten jetzt eigentlich gucken können, ob das neue Gebiet ein Bonfire hat. Okay. Wie war das? Wo waren die Gräber? Nein, das war ein Blutfleck. Dann dauert das auch noch immer so lange. Da. 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 Wo mehr die NPCs die Sicht versperren. Hier sind nochmal Gräber. Oder sind wir nur im Kreis gelaufen? Wir sind im Kreis gelaufen. Shit. Ah, guck mal, da ist die Ruine. In die Richtung müssen wir also. Und da hinten ist die nächste, glaube ich, am Horizont. Jo, also ich sehe nicht, wo ich hinlaufe. Okay. 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 So, vom Blutfleck zu Blutfleck gerade. Komm schon, hör doch mal auf zu scheinen. Also da ist Sonnenlicht, vielleicht müssen wir in die Sonne laufen. Also da sind wir in die Sonne laufen. Okay, hier ist eine Wand. Okay, wir gehen jetzt einfach mal eiskalt dieser Wand entlang. Irgendwann muss es hier rechts runter führen. Ich glaube, das ist hier. Jetzt warten wir mal kurz, um ein bisschen besser was zu sehen. Komm schon. Ja. Renn, 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 renn. Da hinten sind Reintiere, drei Stück, die uns verfolgen. Okay. 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 Das war's. So, da ist Nummer 3. Alter, da sind ja noch weitere. Einen Schlaf bitte, danke. Ich hoffe, wir haben in der Ruin einen Bonfire übersehen gehabt, gerade eben. Wir gehen da nochmal rein. Da ist der Nächste. So, jetzt sind wir an der Stelle, wo die blöden Kisten sind. Loch, ja, ich seh's. So, wir bleiben mal kurz stehen, halt euch bitte mal. Also, ich seh hier nix an Bonfire. Da hinten sind meine Seelen, die hol ich mir. Guck mal, hier ist noch was. Ring des Lebenden. Er scheint als Phantom in Menschengestalt. So, fuck. Und da ist von mir da eins. Ja, ich finde ich keine Chance. gegen den. Wie einem hier aber auch voll die Tränke ausgehen, bevor man überhaupt bei diesem Boss ankommt. Was sagt mir bitte? Da hinten bei der Ruine ist ein Bonfire gewesen. Ich seh auch bis jetzt kein Rentier. Da hinten ist der doofe Ritter. Der respawnt also auch. So, Ruine. Hier blockiert mich NPCs. Ach, das waren die hier, die... Ach, das waren die hier, die... Ne, hier ist kein Bonfire. Hier ist kein verflixtes Bonfire. Wie schrecklich. Das heißt, man muss immer die Tortur machen, wenn man gegen den Boss kämpfen will und hier durchschlaufen und gegen diesen verflixten Spring-Pierre hier kämpft. Und gegen diesen verflixten Spring-Pierre hier kämpft. Nicht auf den NPC, bitte auf mich. Danke. Gott sei Dank. So, heil dich bitte. Da kommt der Nächste. Dreck. Ach, ich hab nichts mehr zum Heil. Shit, deswegen heilt er sich nicht. Alter Schimmer und der Lebenstein. Wow, einen Ganzen. Da bist du aber großzügig heute unterwegs. Genau, ihr dürft alle mal was trinken. Ihr habt doch bestimmt was. Na gut. Doch. Offenbar gesagt, du versuchst keine Fahrt. Okay. Gut, 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 gut. Dann gehen wir mal über die Brücke. Wenn jetzt einer der NPCs noch runter stürzt, das wäre die Krönung. Erstmal Reparatur-Pulver. So. So, will sich die Fiefer nicht mal heilen. Und Bengal auch nicht. Wir warten jetzt mal kurz. Und ich persönlich trinke selbst jetzt auch mal was. Und vielleicht sagt dann einer der beiden. Och, dem tue ich's gleich. Ja, die scheinen ihre Tränke aufgebraucht zu haben. Das heißt, wir sterben gleich zwei direkt weg. Nur nochmal gucken, wenn ich hier rein muss, dann einfach nur eins runter drücken. So, die hier weg. Und stattdessen... ...den Pilz noch. Yo, we feel damage. Wow, und dann kommt schon der zweite runter. Jetzt schon. Ich hab mal wirklich damage gemacht. Und dann geht's. Ja, das ist sehr nett. Jetzt kommt er mal zu uns. Okay, die ist jetzt auch gleich down, dann heißt es nur noch ich. Okay, das ist sehr nett. Ja, dann erst mal dich. Wenn ich es denn hinbekomme. Okay. 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 Wir befinden zu tiefen und Animation oder so was. Gut. Gut, das heißt durchrennen. So, ich glaube hier in der Richtung an die Gräber, oder? Da leuchtet es doch. Ich dann Samurai, okay, dann dich. Und Engine, ja, nehmen wir dich auch mit. Ich weiß nicht, wie viel darf man da mitnehmen? Vengar, nee, ich habe meine drei, okay. Und da in die Richtung müssen wir. Und da, wie viel darf man da? Ich hab die Kommfors raus. Und da können wir nicht mehr auf dasitieren. Ich kann mir das drauf belief. Ich habe das schon bei uns auch fertig. Ich habe nicht mehr in die Richtung. Ich kann es nicht andersaufeln. Ich kann es nicht mehr auf den Räumen hierhin. Ich kann es nicht mehr auf dasitieren. Und ich kann es nicht mehr auf dasitieren. Haben die dagegen gekämpft? Die kämpfen im Ernst dagegen, na gut. Das kommt mir hier so groß vor. Hattest du das schon entdeckt? Nee, das hatte ich das? Ja, das war mit den ganzen... Genau. Hier war irgendwo der Ferros. Ah, nee, das ist O'Hara. Okay. So, da ist es. Das heißt, hier so schräg... Ach, scheiße. Ich will hier nicht ab in den Tod stürzen, wo das hier auch immer ist. Okay. 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 Wo sind die anderen? Da sind sie. Okay. 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 Reparaturpulver sollte ich vielleicht mal ausrüsten für den Kampf. Warum rennt er da hinten hin? Dann müssen wir doch gar nicht. Okay. 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 Was ist das für ein Schwerk, das der benutzt? Warum ist der Samurai da hinten? Samurai stirbt gleich, weil er da hinten irgendwie Solo macht. Wo O'Hara ist, auch keine Ahnung. Samurai findet gerade seinen Weg hierher, O'Hara ist irgendwie abhanden gekommen. Was ist das für ein Schwerk? Was ist das für ein Schwerk? Das ist für ein Schwerkzeug. Das ist für ein Schwerkzeug. Danke, heilen. So, Nummer 1 ist weg. Jetzt können wir uns auf Nummer 2 konzentrieren. Shit. Ah, da war der Kurpulver. Nebenstein. Ah, da war der Kurpulver. Okay. 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 Let's go. Okay, now let's go. Okay, we'll be back. Okay. Let's go. Okay. All right. Okay, we'll be back. Okay. 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 Oh Junge, Gott sei Dank. Ja, danke für die Hilfe. Jedes Mal den Weg dahin gehen. Was hat sich From Software denn dabei gedacht? Wer ist das jetzt? Ist O'Hara bis hierher gelaufen und hat den Ritter mitgenommen oder was? Alter Schwede. Ja, ich würde sagen, dann machen wir jetzt einen Dark Lurker. Der fehlt uns noch. Und nach dem Dark Lurker gehen wir dann zum King Ventric und zeigen ihm mal die drei Kronen. Die wir da gesammelt haben. So, lass mal grad gucken. Haben wir nochmal Glitzer? Ne, immer noch vier Glitzer-Titanit. Da fehlt immer noch eins. Drei Level auf Belastung. Nice. Immer noch nicht. Das hat nur 1,3 gegeben. Das heißt noch, hier mal Daumen, zwei Level. Vielleicht nochmal drei. Ich würde gerne aber die Seelen loswerden, bevor wir gegen den Dark Lurker kämpfen. Guck mal, der schnieke Helm, den nehmen wir mal mit. Jetzt haben wir noch 18.000. Jetzt haben wir noch neue Rüstungen, aber wir benutzen sie nie. Was soll's? Ja, ist schon wieder. Von dir nehmen wir... Und jetzt müssen wir uns überlegen... Und ich... Also überlegen, welches Portal wir nehmen. Entweder wir nehmen's in King Ventrix Cruft oder wir nehmen das in... Wir müssen eh alle vier immer besiegen. Ich glaube, dann nehmen wir doch am besten das in dem Dingsgebiet. Ähm... Ja, in dem Gebiet. Ist halt der weiteste Weg immer. Können sie jetzt einmal versuchen, weil wir das vermasseln. Guck mal. Die sind jetzt sichtbar. Ist das, weil wir das Auge dieser Königin sonst was da haben? Der Priesterin. Nice. Ey, jetzt... Vergiss es. Ich wende hier doch nicht meine Haltbarkeit an dich. Gut. Ja, ich will ja. Darf ich nicht. Ist da oben der Gegner und deswegen darf ich nicht, oder was? Opa, was ist los? Hast du's kaputt gemacht? Hallo? Oder muss ich den Eid leisten? Ich muss den Eid leisten. Ich muss den Eid leisten. Mehr oder weniger. Ne, stimmt. Das war noch nicht hier. Der Tunnel kommt jetzt hier. Ja, bleibt doch ein bisschen angewurzelt. Hallo? Ja, bleibt doch ein bisschen angewurzelt. Natürlich. Der Blitz-Typ, der sieht mich. Machen wir nämlich das. Das. So spielt man's übrigens nicht. Eigentlich sollten die Einzelnen reinkommen. Irgendwie haben die mich nicht gesehen. Na ja, auf ein neues. Ja, dafür haben wir ja die ganze Menschlichkeit jetzt mittlerweile. Und wenn wir's dann mit immer noch nicht schaffen, dann soll's wohl nicht so sein. Dann bin ich einfach zu schlecht. Jo, danke. Jo, danke. Danke. Genau. Jetzt kommen wir auch hier ums Eck. Danke. Genau. Ja, und der Nächste bitte. Was ist mit dem los? Siehst du mich nicht oder was? � August? Oh. Ne, Mann, Drachenzahn. Wow, fast ins Loch gefallen. Oh, der kann auch nach unten fallen, gut zu wissen. So, noch einer und dann können wir gegen den Darklurker kämpfen. So, die Keule bitte, Reparaturpulver, Lebensstein, ach komm, keine Menschlichkeit noch. So, jetzt geht's um die Wurst. Ja, jetzt, ich hoffe du kommst jetzt mal runter, mein Feuer brennt. Okay, den kann man nicht nach unten hauen, schade. Okay, das ist so. Okay, das ist so. Das war's. Shit, schon wieder Feuerwelle. Wow, got boots. Gold ist weg. Oh, hab ich ihn jetzt nicht gegengerollt? Oh, da waren Pelten im Eck. Das lief so verdammt gut. Oh, das ist jetzt richtig ärgerlich. Da ärgere ich mich jetzt richtig. Na gut. Das mal weg. Den kleinen Schwanden, den Lebensstein benutzen wir gleich. Und dann rennen wir mal durch. Oh, ja. ok auf ein neues das gibt mir gerade richtig zuversicht dass wir den doch noch packen werden das war ja eine relativ also das war eigentlich eine sehr gute runter bis auf diesen einfach dass ich dagegen blöden felsen gerollt bin ich weg kam und So, vergessen die Waffe zu wechseln. Den Drachenzahn verwenden wir hier. Wie kann der... Genau. Endlich. Alter Schwede, hast du lang gebraucht, um mich zu bemerken. So, das macht ihr schon mal drei, dann fehlt nur noch einer. So, das war's. So, ist der Fallangriff damit nicht klappt? Den wollen wir dann verwenden, wenn uns so viele Dinge hier jetzt ausgehen. Okay. Auf ein neues. Ah, das hat mir klar sein müssen. Oh cool, ich kann zwei Schläge machen. Der Schläge schlägt bei Stucke an mir vorbei. Zumindest beim zweiten, nicht beim ersten. Laser... und der macht... oh shit. für den schweren Einschlaufen. Jetzt ist er. Oh shit. Du hast es mir gedacht. Okay, der schießt. Jetzt abhauen. Alter, ich bin doch extra schon so weit abgehauen. Okay, der macht Laser, der macht das. Nein. Ich hafft. Oh, oh, oh. Das war entweder, es klappt oder ich bin tot. Beide standen vor mir. Alter Schwede, wir haben es geschafft. Na Opa, was sagst du jetzt? Xanthos Krone, Überzieherhandschuhe, Lendentuch und den Höhepunkt haben wir bekommen. Komm, den nehmen wir mit zur Feier des Tages. Wo ist die Feder? Da ist er. Ja, haben wir einen Darklurker jetzt auch noch gelegt. Hieß der so? Ich habe nicht auf den Namen geachtet wieder. Nach Machulan, Level ausgeben und dann gehen wir zur King Ventric und dann haben wir es so weit erstmal durch. Okay. So, und jetzt lassen wir gerade gucken wegen der Keule. Ne, noch ein Level auf Belastung und dann können wir auch noch fast, also mit Roll machen mit unserem Drachenzahn. Na gut, dann ist das wohl doch seine letzte Stufe. Ich dachte, der hätte noch eine weitere. King Ventric, Willkommen. Okay, so. Hey, warte mal, hier mussten wir hin und dann hier. Okay, so. Ja, dann gucken wir mal, was er uns jetzt erzählt. Also, mal gucken, was er uns jetzt erzählt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 So Was steht denn hier? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Was steht denn hier? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Okay, es gibt wohl noch eine King Ventric Krone, die man sich holen kann Oder habe ich die? Krone ist weißen Königs, alten Eisenkönigs, versunkenen Königs Ah, Symbol der Habgier war ein Helm Okay Okay Sobald ich sonst keine Krone hab, dann ähm, warten wir die Feder nochmal ausrüsten Schrein von Amarna, zweites Bonfire So, die Frage ist, was war der Schrein von Amarna? Ach, das ist die Tür, die wir uns gefragt haben, wie geht die auf? Okay Okay Das ist die Tür, die wir uns gefragt haben, wie geht die Tür? Oh, das ist die Tür, die ich nicht gefragt habe, wie geht die Tür? Okay Okay Okay, da muss man King Ventric besiegt haben, das haben wir Und man muss in Menschenform sein, das waren wir das letzte Mal wahrscheinlich nicht Und deswegen konnten wir hier nicht durch Okay, ne, hier war eine Seele Mal lesen Soll hier drinnen sein Ach, guck mal hier Wie geht's weiter? Ja, Königskrone Alter, jetzt können wir uns schick machen Ja, hier sind die Kronen, wo ist die Königskrone? Ja, da ist er Das erhöht unsere Intelligenz und unseren Glauben Um einige Level So, dann gehen wir mal zum letzten Bonfire zurück Jetzt haben wir alle Kronen Äh Yen Yen Also, jetzt gehen wir nochmal mit King Ventric Mal gucken Ob sich jetzt nochmal was ergibt Ich weiß, hier gibt es ja auch gar nichts und wir kriegen nur einen Dialog Und dann gehen wir mal zum nächsten Mal Und dann gehen wir mal zum nächsten Mal Mal gucken wir mal Mal gucken wir mal Untertitelung des ZDF, 2020 Gut, alter Mann, jetzt reden wir. Ja, setzen wir die jetzt auf, auf unseren hübschen Haupt? Hey. Cool, es kommt jetzt nochmal eine Animation. Und jetzt? Die Ohralten Kronen verströmen Hitze. Guck mal, wir können jetzt nicht mehr zu seinen Gedanken. Okay, jetzt würde ich mal wissen, was das bedeutet. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Dann haben wir den Segen von King Ventric Und wenn wir sterben, verlieren wir nicht mehr unsere Menschlichkeit Also wir werden nicht mehr Hollow Müssen aber immer noch unsere Seelen einsammeln Also die verlieren wir trotzdem Außerdem sind wir wohl resistent gegen Flüche Das ist natürlich noch gut, wenn man hier irgendwas offen hat mit Flüchen machen Naja Im Prinzip Ist dieses Blessing jetzt nur noch gut Wenn wir jetzt hier nochmal irgendwie die ganze Welt erkunden wollen Weil eigentlich haben wir es alles ja durch Und wenn wir jetzt in den nächsten Playthrough gehen Dann verlieren wir wieder dieses Blessing Also den Segen Das heißt, es bringt uns eigentlich so gut wie gar nichts Wenn wir uns schon durch alles durchgekämpft haben Ja Jetzt könnte ich sagen Gut Jetzt könnte ich sagen Ich könnte noch 3 Angelic reisen Zweiten Durchlauf Mach ich aber nicht Eventuell höre oder sehe ich ja nochmal was Was ich hier vergessen habe Im Playthrough Im Prinzip schließe ich das Ganze erstmal ab Ich betrachte den Run erstmal als gelaufen Es sei denn Ich finde nochmal was draus Wo ich vielleicht nochmal nachgucken will Dann schmeiße ich das Spiel hier nochmal an Deswegen Danke, dass ihr dabei wart Das war ein echt anstrengender Run Mit viel Kopfzerbrechen Ich habe mir echt oft Hilfe dazu geholt Hier im Spiel Das habe ich so oft noch nicht Bei einem der anderen Spiele gemacht Aber gut Ich habe trotzdem ein paar schöne Eigenschaften Das Spiel Die ich gern in den anderen Souls-Teilen Mehr wiedergesehen hätte Wie das Gegner die Stages zerstören Also diese Wildkröten zum Beispiel im Lava-Level Das war sehr nice Auch das mit den gefrorenen Truhen Das fand ich sehr nice Dass die dann doch noch aufgetaut sind So Sachen halt Das sind so Kleinigkeiten Die hier richtig gut gemacht wurden Auch mit der Fackel Das fand ich auch sehr schön Die Lichteffekte Und das kriegen wir an Ellen Ring auch wieder Deswegen Schön, dass sie das wieder irgendwo mit reinnehmen Hat mir echt gefallen Was jetzt weniger gut war War die Technik Da hat es viel zu viele Makel Wie die Gegner reagieren Und alles drum und dran Und Ansonsten Das generelle Weltendesign War jetzt nicht bombastisch Da haben mir die anderen auch alle Viel besser gefallen Ja, was gibt's noch zu sagen Es ist ein bisschen Zu lang Gefühlt Also Gucken wir mal hier auf unser Level Guck mal 193 Ich bin mir ziemlich sicher Dass wir mit 120 130 Bei den anderen Dark Souls Teilen rausgehen Aus dem Playthrough Oder doch 150 Aber auf jeden Fall nicht 190 Das Das kommt mir zu hoch vor Viel zu hoch Naja Wie dem auch sei Danke fürs Einschalten Als nächstes machen wir einen Fun Run Von Dark Souls 1 Leider nicht mal heute Viel zu spät dafür geworden Ich dachte wir sind eine Stunde früher fertig Hab nicht gedacht Dass wir für den anderen Boss So lange Also den Weg suchen mussten In dieser Im Eis DLC Aber gut So war's nun mal Ich würde sagen Habt noch einen schönen Tag Schöne Woche Schöne Zeit Und Bis zum nächsten Mal Bis dahin Macht's gut S Glocken Bis zum nächsten Mal Dein who Bis zum nächsten Mal im Bye das Lebens recht